Letzte Runde Dota 4 heute Nacht. Ihr habt euch noch eine Runde gewünscht, na gut. So, jetzt müssen wir die noch überzeugen. Der macht irgendwie lustige Sachen. Na dann. Na, Voker, so Mitte. Aber was soll's. Can I get two Tangos, please? One more Tango, please. Thank you. So. If you stay mid, maybe with Smoke or something, we can get an easy kill. Nightmare into Hook. And then with Riki, we should be able to kill Storm easily. Just join us mid Bane with Nightmare. We can try a kill. I've watered it a bit in laning ward. Oops. Try a Nightmare on Storm, Bane. Der ist irgendwie nicht so dafür zu begeistern, dass wir was versuchen am Anfang. Schade. Mehr haben wir noch nicht geschafft. Okay, den Deny immerhin. Na, den Deny leider auch geschafft. Eine Rüstung anfangen. Patscht auch ziemlich gut gegen Void, weil ich ihn halt mit in die, mit aus der Krone raushucken kann. Sonst brauche ich mal bald meine Botte. Das ist relativ wichtig. Na, schade. Jetzt kommt er nochmal in die Mitte. Just wait a little bit. Okay, let's go. Hm. Ich würde, dass du das wait a little bit. Ich würde, was in range. Bisschen das zu früh geforscht. Ne, die Botte brauche ich dann doch mal zuerst. Ich werde aber noch ein bisschen warten, sondern mit meinem Hook einfach. Der erste Blatt. Es war uns alle allein. Wir haben halt auch keine Vision. Sogar keine auf den... Auf den Runen, was mal ein bisschen bitter ist. Können wir noch ein paar Runen-Warts bekommen, bitte? Okay. 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 So, so richtig schaffen wir im Moment leider noch nix. Gucken wir mal, ob wir das nochmal ändern können. Der ist noch Level 1. Okay, das ist bitter. Bis jetzt funktioniert unser Roaming leider noch gar nicht. Puh. Zerm. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das wirft uns jetzt ein bisschen zurück. Weiß ich nicht, wo Mirana und Ellen sind. Wir haben jetzt auch keine Rune-Control leider. Ich glaube, ich kann gleich eher mal zurückgehen. So, und der Twitch-Chat ist irgendwie zu. Sind die alle zu? Ja, der Twitch. Ich muss mich gleich mal drum kümmern. Irgendwie ist das Fenster... Da hat vorhin was gesponnen. Ist leider weg. Tja. Keine Rune-Control. Keine Control über die Lanes im Moment. Moment, der Level 2 jetzt mal. Naja, wenn die Specter-Farm kriegt, könnten wir eventuell was machen demnächst. Gehen wir mal wieder zurück in die Mitte. Das kriegt man jetzt leider nicht. Dann werde ich das eher so machen. Eben mal darauf verzichten. Gehen wir mal ein paar Rune-Words, please? Wir haben keine Rune-Control at all. Jetzt leider schon Level 6 jetzt, auch da Riki da gestorben ist. Wir haben keine Rune-Words. Wir haben keine Rune-Words. Ja, Storm ist missing. Ich will jetzt mal nicht groß roaming gehen, bevor ich nicht... Mal ein Level 6 bekomme. Sonst ist das ein bisschen sehr viel verschwendet. Ich weiß jetzt nicht, ob der nach unten gegangen ist. Der Storm. Storm ist still missing. Er hat den Bot-Rune. Kann jemand TP-Bottom? Bane? Well done, guys. Der gute Triple-Kill. Das hilft mir jetzt mal sehr nach dem bisher eher bescheidenen Spielverlauf. Nehme ich mit. Als nächstes eine Aether Lens. Und das mal zusammenbauen. Zum Glück haben der Bane auch. Wohl wird es vielleicht auch so geschafft, aber trotzdem. Ist einfach ein gutes Zeichen, dass er reagiert. Aufmerken. Aufmerken. Aufmerkeilt. Votab. Votab. Ah, blöder Creep! Wo taucht dann plötzlich der blöde Creep auf? Uh, extra strong came, but that's where I died. On my way bottom. Let's kill him. Ricky, join us! Hm, Baum, hm, egal. Da wollte ich jetzt nicht ewig unten rumgammeln, wäre ein bisschen fixer gewesen wie den... Oh! Autsch! Uh, knapp. Schade. Schade, dass der Ricky da nicht dazugekommen ist, sonst hätte ich noch ein bisschen länger gewartet. Und schade, dass der auch nicht schneller da war. Da hätten wir den Brave King nochmal schön killen können, das wäre extrem wichtig gewesen. Ricky, come bottom for Brave King, hier ist no Ulti. So, ich fahr mal ganz schnell nach die Mitte. So, jetzt kann ich meine Boots noch abholen, dann habe ich Aetherlandswald fertig. Der Ricky ist grad da oben. Ach, das Falsche noch benutzt. Fuck me. Hm, der hat leider kein Mana Regen. Ich komme nochmal nach unten. Schneller, 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 noch schneller, super schneller. Pushaot die bot lane ein bisschen, dann kann ich jetzt in die Bd. Can you push this so I can... Just stay in the lane so he doesn't get scared. So he sees you. So wie einem da ist, in seiner Farme mit. Der ist leider zu vorsichtig jetzt. Hier fehlt er und wird ständig hier gesehen. Mal TPs und cooldown. Okay, bin auf dem Weg. Wie viel Mana hat er noch? 300. Easy. Jetzt bin ich hier etwa gestream sniped. Wenn das jetzt nochmal passiert, muss ich uns den Stream irgendwie unterbrechen und einen Delay reintun, wenn das wirklich so ist. Ich hoffe nicht. I'm on my way. Can you help me? Oh, he wasn't in range of Rod. That's why I stopped. Oh, da haben sie ihn einfach gesehen. Well done. There's a Sentry here. So, ich mach mich auf den Weg. Kann ich mir den Twitch Chat sonst gleich wieder anmachen? I think it's like right in the middle. Like a little bit, a little bit to the top. So. Mich mal wieder in Twitch einloggen. Will ich hier gestream sniped von irgendjemanden? Frechheit. Möglicherweise. Es kam schon vor, so ist es nicht. Ich muss gleich mal das Dark Theme anmachen. Okay. On my way. Storm Tp mit. Wenn ich ihn hücke, dann mache ich ihn. Ich mache ihn. Ich mache ihn. Well done. Das ist der Mandy Patsch. Wir gehen lieben und kennen. So, ich gehe mal kurz hier hin. Währenddessen kann ich mal den Twitch Chat richtig einstellen. So, so, so. So, so, so. So, so. Damn hoax. Damn hoax. Did I reward again? Oh, what happened? Well, I am streaming. Maybe I should stop the stream and get in the delay. Es tut mir leid für euch. Muss den kurz unterbrechen und den Delay einbauen. Nicht lange, aber ein bisschen. I just made a delay. Now, it's okay. I have a four minute delay now into the stream. Okay. Okay. So, so. Ja, jetzt die Minimap verstecken kann ich jetzt nicht schnell genug. Hab nichts, was ich davor hängen kann. Deswegen. Deswegen. Your bottom tower is under attack. Illusion. Your bottom tower is under attack. Look at how invulnerable Dias towers are. Ich habe es jetzt selber nicht so genau verfolgt, aber sie meinten, es wäre halt wohl recht auffällig gewesen, wie oft und wie schnell da wird die Wallen. Ich habe schon die Panikkäufe gemacht, mein letztes Geld rausgehauen, den Invis gehabt. No, gut. Ich überlege, ob ich mir Tranquil Boots schnelle fertig mache. Was heißt, schnelle, jetzt hab ich sie eh nicht. Wenn ich die Bottle verkaufe, ich glaube so mache ich das, bringt mir mehr. Okay, das ist ein bisschen bitter. Ah, ich würde ihn mit meinem Hook töten, verdammt. He's low in Mana. Well done. Schade, 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 aber lief ganz okay insgesamt. No, gut. Let's get the top tower. Ah, ärgert mich jetzt. Das hätte ich schon kriegen können. Mit einmal antäuschen und dann nochmal anders machen. Wie weit komme ich bis da vorne? Jetzt sind wir so ein bisschen blind. Jetzt können wir es nicht auf die Ward schieben. Naja, das trifft nicht. 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 Das trifft nicht weiter hier. Oh, sind wir noch davor gerettet? 1 Sekunde. um we just need a little bit more vision so we see them coming Kann du helfen? Haunt, please haunt, 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 haunt Okay Okay Yeah, kill him, nice Well done, guys Phew Get the tower fast Wollte eigentlich schon wieder farmen gehen Push mit, Ricky The all GP top can get mid Protect the catapult Irgendwie Three of them were top One still dead, you could have pushed mid easily And one bottom All were accounted for Why didn't you deny top Why didn't you deny top? And why did you stop TP? Guys, what are you doing? Really Nicht pushen Nicht denyen TP's abbrechen Was denn da los? Sleep Sleep Don't ever tornado in Bane or my ulti Don't ever Don't ever You destroy their little tower You win the game Time to punch Okay Okay Das tat richtig weh Statt einem schnellen Kill Haben wir jetzt einige Helden verloren No No He did After He did Also While Jus Was still running Go 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 Fight Rikki Go Rikki Go Scheiße Scheiße Den anderen Gefokust hat Auch sein Ulti Sein Ulti Jetzt sollte er eigentlich nicht sterben Der Rikki Ich bin auch ganz schön underleveled jetzt Ich muss ein bisschen M-Level tatsächlich aufholen So Gleich mein eigenes fertig Jetzt hab ich's fertig Sehr schön How about you use your mana to farm a camp that's not already I don't know what you're doing Makes no sense Einfach noch schnell Einfach nur schnell auf das gleiche gehen So ein bisschen hirnrissig Hätte auch eins der Neutrals mit den Spells farmen können Naja Was soll's So ein bisschen warten Storm is bottom It's only four of them top Can you join us When the fight breaks out Spectre Just be ready Go go top guys Storm is bottom You can fight It's alright I'm healing quite fast You do know Your bottom tower is being attacked Right Rikki Can you go and scout Sitz noch hinter uns Let's go Let's go Ja. Ja. Well done, guys. So. Als nächstes gibt es jetzt Blinkdagger. Lotus-Op ist gar nicht schlecht hier. Gegen Silent, um das loszuwerden, um ein paar andere Sachen zu blocken. Das hole ich mir mal. So. 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 Zwölf Flash Heap Stacks. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ich muss mal jetzt Level 16 werden. They're still hanging around top. We should ward and get a Roshan if he can't push out any lane or get them, just when you know, when we know where they are. Okay, I have not so wenig XP. It's just a while. Be careful there, I think they see you. They moved like they saw you there. Endlich Level 16. Avengers somewhere here. Stark's men here, die alle wegstinken. Just try to push out the lanes and then we can go for Roshan. Maybe we should smoke as four while Spectre is farming. So, Void is top. Let's push out mid a little bit and go for Roshan while Void is top. Okay, go, go, go. Go, Spectre join us. Void is still top. Okay, go, go, go. Go, Spectre join us. Careful, we can't fight right now when they're all mid. It's too dangerous. Can you do smoke here? Hey? Okay. Sauber. No. Fucking way. Go for Roshan, guys. Oder. Oh, push. Yeah. Works as well. So. Du schießt mich auf meinen Tower. So. Als nächstes. Autsch. Kennst du aber die Haupttop? Okay. I can ulti him. Okay. Na ja, knapp. Ich darf schon meinen Lotus Off gehabt. Einen Miss Chance wäre eigentlich auch nicht. Keine Miss, wie hoch ist die Miss Chance? Sollte gar nicht so schlecht sein. 50%. Ja. Drei Schläge. Zack, zack, zack. Kapatt. Ihm doch wurscht. So. All alive. All missing. I'm not sure that's a good idea. Na, statt des Tier 2s wäre Roshan viel wichtiger gewesen. Naja, wurscht. Void is top. They are here. Careful. So. They are top. Guys. Noooo. Just sleep him. Not in Fieber. If you slapped him, you could have killed. Na ja, wir haben genug Zeit gekauft. Hervorragend. See you around. Well done. Den Hook noch getroffen. Hä? Warum? Hä? Irgendwas spinnt gerade total. Okay. Ich konnte gerade meinen Hook nicht machen. Let's push top. Easy. Can you join us, Spectre? We should be pushing some towers. We still have the Tier 1 standing top. As irgendwie ein bisschen lächerlich ist. Push it? Ah, never mind. I don't get why we're not pushing. We have Aegis. Three were dead. Guys. So, das Snipe. So, das Snipe. So, ich will jetzt mal, bis meine Tranquils weiterlaufen. So, das Snipe. So, das Snipe. So, jetzt greifen sie mich an und machen meine Tranquils aus. Hervorragend. So, als nächstes. So, das Snipe. 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 Snipe. So, das 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 Snipe. Haunt! Haunt! ... Ich schaue ihn. Let's get Void. Nein, er ist weg. Schade, aber Wraith King getkilled. Let's push mid tier 2. My Wraith King is dead. Guys. Let's go. Das war's für heute. Just react faster, so we can get him. Just need one more spell to proc his Lincolns. Careful. Outline is pushing in. Let the phone begin. Lord, is top? Ah! Einfach mal weiterprobieren. Let's go back. All lanes are pushing in. We should push our top and bot. Else if we die, they can easily go base. Did you take a timer when Roche died? What? Well gotten games. I'm lost. Help top guys, fast. Ulti him. Don't block. Don't block. Fast. Wahnsinn. I'll do it. Okay. 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 Kills. Die Spectre ist gefarmt. Jetzt wird's das. Ohuhuhu. Ja. Packet. Sorry. Hä? No! Ah, es war nicht so lang. Da drin ist ich relativ sicher. Sehr schön. So. So. I see you in my dreams Danach wollen wir pushen. So wie ich noch meinen Buyback mal behalten. Das ist schon wichtig. Den schlechten Kampf mal verlieren. Hä, woher gehe ich denn gerade? In Dota 1 hat man noch Flash Heap Stacks. Das Kleine gekriegt oder relativ wenig für Creep Kills. Ah, da oben. Nice one. 4.000 Taken. Weißt du was? Scheiß auf. TP. So. 4000 HP. So muss das sein. Magic Resistance ganz ordentlich. 69. 60. Sie können uns halt nicht killen. Let's go bottom. Let's go bottom. I think it's safer to go bottom, but I think both works. Na, bisschen Spaß mit Hooks. Tja. Einfach nicht vor mich hinstellen. So, ich will noch ein bisschen ein paar Hooks landen. Warum auch nicht? Good and Creep. Naja. Das war ein cooles Spiel. Hat Spaß gemacht. War ein echt gutes Putsch-Spiel. Geile Hooks gelandet. Es hat auch einfach gut gepasst. Wir hatten zwar hauptsächlich gedacht, einmal gegen Void, weil es einfach gut ist, in die Chronosphäre entweder den Void rauszuhucken oder jemand anders. Das eine oder andere Mal haben der Invoker und ich gegeneinander gearbeitet ein bisschen, weil Tornado und Deathening Plast und so mit meinem Ulti und meinen Hooks nicht so gut zusammen funktionieren. Aber ansonsten war es ein cooles Spiel. Der Anfang war ein bisschen tricky. Ganz am Anfang haben wir ein paar Sachen versucht, die nicht so geklappt haben. Dann lagen wir ein bisschen zurück. Aber ich hatte dann unten den Triple Kill mit dem Putsch und danach hatte ich einen Run. Und konnte dann, ja, dann hatte ich einfach echt meinen Run. Das schnelle Agonyms ist ziemlich stark. Ne, erst Aetherlands und dann das schnelle Agonyms da hinterher. Die zwei Sachen sind einfach so stark, du schmeißt die ganze Zeit Hooks raus, die eigentlich noch ein bisschen mehr hooken können öfter mal. Aber auch so hat es ganz gut gepasst. Und dann war ich halt so tanky. Sie haben mich dann zwar noch einmal gekillt, aber eigentlich Spectre und mich zu killen war für sie fast unmöglich. Haben dann zwar nicht so viel Damage gemacht teilweise, hat ein bisschen gedauert, aber sie haben uns halt nicht gekillt und in den langen Kämpfen haben wir am Ende doch gewonnen. Das war schon cool. Mandy Putsch halt. Das war schon mal. Vielen Dank.